Was ist los, mein Kätzchen? Wolltest du mir bei der Arbeit helfen? Wo wolltest du denn hinspringen? Soll ich hier ein bisschen aufräumen? So, jetzt kannst du. Ja, kannst du doch. Aha, jetzt bist du auf dem Tisch. Und was machen wir? Wollen wir dir ein Medikament geben? Hm? Gleich, ne? Noch eine halbe Stunde. Und dann wird es Zeit für deine Tabletten. Richtig? Kätzchen. Ja, sag ich doch. So, kannst du ein bisschen rutschen, damit ich mit mir ein bisschen weiterarbeiten kann, ja? Danke, das wäre nett. Bitte markiere nicht meine Pflanzen, so wie draußen heute. Und auch nicht den Bildschirm, das wäre nett. Okay. Willst du dich setzen? Warte mal. Hier, setz dich. Kann auch stehen, kein Problem. Apollo, du bist auch gekommen. Beide Kätzchen wollen mir bei der Arbeit helfen. Schön, schön. Okay. Jetzt aber runter. Du kannst hier hingehen. Guck, guck, guck. Guck, guck, guck. Da, Stuhl, da. Ja, Stuhl. Dreht sich nur ein bisschen, ne? Nicht, dass die schwindelig wird. Ja, ja. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ich wollte mich einfach nur hinsetzen. Alles klar. Dann, ich kann auch stehen. Kein Problem. Apollo? Sei nicht böse. Du kannst auf die Couch gehen, ja? Ja, mein Baby. Kätzchen? Kätzchen? Cosmo? Cosmo? War er nicht gerade hier unten? Cosmo? Wo ist der denn jetzt schon wieder? Was ist denn im Badezimmer? Im Badezimmer vielleicht? Gestern war er ja auch irgendwie hier drin. Cosmo? Nee. Kätzchen? Wo bist du? Wo bist du? Was machen die Schuhe hier? Nee, jetzt mal ernsthaft. Da liegt Apollo. Cosmo, habe ich gerade noch hier irgendwo gehört, wie er irgendein Laut von sich gegeben hat. Ach, da oben? Ich wusste nicht, dass du wieder hochgegangen bist. Ich dachte, du bist hier unten. Komm mal bitte ein Stück runter. Eine Stufe. Komm mal hier hin. Danke. Hier ist deine Tablette. Einmal nehmen, bitte. Richtig nehmen. Richtig. Richtig vernünftig nehmen mit den Zähnen. Sonst lässt du sie wieder fallen. Ja, komm her. So ist besser. Komm her. Ich soll zu dir kommen. Hier. Nimm jetzt vernünftig deine Tablette. Cosmo? Nein. Hier. Da. Geht doch. Na bitte. Brau, was geht's hier? Hast du alles aufgegessen? Ja? Gut. Gut.